Hey Leute was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, genau, man sieht das jetzt im Hintergrund, ich bin gerade bei Black Ops 3 drin, hab's noch nicht gestartet. Vor allem, ich sag recht, hab's noch nicht gestartet, läuft aber gerade im Hintergrund. Ja, ne, ist klar. Ne, auf jeden Fall, ich spiele heute mit nem, sieht man gerade kaum. PS3 Controller, ja, einmal, ne. Und ich wundern, hier hinten sieht's ein bisschen scheiße aus, ich hab jetzt mein Herz und so alles aufgebaut, das kann ich euch dann irgendwann anders nochmal zeigen, machen wir später nochmal eine kleine Roomtour. Und ja, so, ich werd heute jetzt mal das erste Gameplay Call of Duty Black Ops 3 aufnehmen, es kann sein, dass ich immer wieder aus den Lobbys flicke. Ich werd euch direkt sagen, ich bin scheiße. Ich denk mal, das Handy vielleicht vom PC weg, das fällt sonst wieder runter, wie letztes Mal. Ähm, und was ich euch von vornherein sagen kann, ich, weswegen ich nicht mit Maus und das Natur spiele, damit bin ich so oder so kacke. Ähm, die Lobbys sind richtig verschwitzt und es ist ziemlich anstrengend manchmal. Ähm, nicht wundern, wenn ich richtig beknackt bin, teilweise werd ich vielleicht sogar zwischendurch auf Maus und Tastatur wechseln, wenn ich mal ne Runde snipen will oder so. Ähm, genau, ich bin grad auf Level 30, das liegt aber daran, ich hab schon mal ein bisschen vorgespielt, damit ich nicht so ganz wie der letzte dreckige Noob aussehe. Okay, aber das wird sich dann ja ändern. Ich hab jetzt, bin jetzt in Black Ops 3 drin. Äh, danke. Bitte bleib einfach in Black Ops 3 drin, danke dafür. So, wir gehen einfach mal ne Runde auf mehr Spieler. Ähm, öffentliches Spiel. Hier sieht man meine Klassen. Ich werd größtenteils mit der VMP, also, nein, mit der VMP jetzt nicht größtenteils. Manowar werden wir spielen. Hier, die Locos, ähm, hab ich schon, ja, gerade eben noch ne Schluck Cola getrunken. Ich hab Schluck auf. Die Locos hab ich schon ziemlich hoch gespielt, mir fehlen noch 4 Tarnungen. Ähm, das heißt, 50 Abschlüsse ohne Aufsetzer. 50 mit Aufsätzen, äh, 5 Aufsätzen und einem Visier. Dann fehlen mir noch 2 schnelle Abschlüsse, ähm, das heißt 2 Doppelabschüsse für eine Tarnung. Und 5 Blutrünstig, dann hab ich für die erste Waffe schon die Goldtarnung. Ähm, deswegen hab ich hier grad auch keine Aufsätze drauf. Ich hab hier einmal von Zombiemodus und von der Kampagne noch welche. Und wir sind, wir nehmen die Tarnung hier. Ich find, das sieht eigentlich ganz nice aus. Äh, bei Rot kann ich mich halt auch anfreunden, ne? Aber ich find, ich find das Amethyst, ja, die Amethyst-Tarnung grad aktuell ziemlich gut. Ein bisschen gezogen hab ich auch schon, einmal Feld und einmal Werde. Aber das tut heute nicht zur Sache. Die HVK nehmen wir mit. Und Dingo, das sind alles Waffen, die ich hochspielen will. Ähm, ich nehm aber jetzt nicht den Serif... Die ist, der, die das Serif. Den, die Serif rein, ich hab keine Ahnung, was ich da laber. Ähm, sondern in Schwerkraftstachel. Halt doch einfach die Klappe, bitte. Äh, hier sieht man, ich hab schon ein bisschen was hier freigeschaltet. Ähm, ähm, okay. Komm wieder, wenn du bezahlen kannst. Hier gibt's nichts umsonst. Halt bitte einfach dein verdammtes Maul. Erreichen sie 10 Volltreffer, das kriegen wir doch hin. 10 Headshots sollten eigentlich keine Probleme sein. Und es kann aber ziemlich lustig werden. Mir ist grad eingefallen, ich hab den Sprachchat an. Das ist jetzt für ne Aufnahme nicht gerade gut. Hallo, außer Party, stumm. Ein. So, danke. Genau, gucken wir mal, was wir hier bekommen. Haunted. So, wir werden mit der Man-O-Wort ziemlich hart auf Headshots gehen, schätze ich mal. Ah. Da ja gar nichts freigespielt. Gut, dann nehmen wir die hier wieder mit rein. Dann stellen wir die Sam-Tags mit rein. Punkteserien sehen wie folgt aus. Ich bin einfach nur Scheißer. Das liegt an meinem mangelnden Gedächtnis. Okay, nein, Spaß. Ähm, wie gesagt, mit Controller bin ich halt einfach besser, ne. Es ist jetzt einfach so, als würde ich jetzt auf Konsole spielen. Ist jetzt nichts anderes, ne. Äh, tatsächlich spiele ich eigentlich auf PC. Aber wegen der Aufnahme, ich hab nämlich den Negato-Adapter noch nicht. Ähm, spiele ich auf Kon... Äh, spiele ich mit Controller, beziehungsweise auf PC. Ähm. Genau, ich sollte vielleicht nicht versuchen, nicht zu viel zu reden. Da kommt jemand von hinten. Oh, ich werde so ein Noob sein, ne. Was war das? Ja. Und... Ja, das kam wirklich unerwartet. Der Typ heißt einfach, das kam unerwartet. Läuft bei ihm. Nicht wundern, wenn's ein bisschen laggen sollte. Das liegt daran, dass ich... ...heute schon mit dem PC gearbeitet hab, beziehungsweise gezockt hab. Ähm... Oh, ja. Oh, ich bin so uneingespielt. Was ist das denn hier? Ausrede. Spaß. Ähm. Vorräte unterwegs. So, wenigstens haben wir schon mal ein paar Hits verteilt. Das ist doch was. 100 Punkte, 4 Tote, 0 Kills. Geil. Oh, ich bin so am ver-aim, ne. Sag mal, hab ich auch so am ausgemacht. Geh weg, Alter. Ich muss kurz nachgucken, hab ich Auto-Aim ausgemacht oder was ist hier los? Ne, er ist halt Controller, ne. Hab man Auto-Aim meistens an, damit man ein bisschen besser heben kann. Das hat sich gereicht. Von wo wird gesniped? Weg da. Verbündeter Wichter eingesetzt. Ich werde mit einem Raketenwerfer weggeballert, Alter. Was? Was ist das da hinten? Alles klar. Oh, ich bin nicht letzter. Was ist das denn, Alter? Okay, weil ich auch Assists gemacht hab für mich, Peter. Und da hab ich den Reiniger weggedonnert. Geil, ey. Wenigstens etwas. Wo? Nein, ähm. Nein. Nicht mit mir. Aber man brauchst hier nicht. Ja, moin. Ich hätte fast... Ich hätte fast... Hi, äh... Ich hätte fast mit TRK5 Gold... Was war das denn gerade, Alter? Sprachfehler... Äh... In der Technik diesmal nicht, sondern im Gehirn. Wäre lustig gewesen, hätte ich den geholt. Oh, ich weiß gerade gar nicht, von wo der kommt. Verzieh dich. Nicht mit mir. Nicht heute und nicht in den nächsten 20 Jahren. Das geht nie. Ne, der kann 44. Woll ich nicht. Verbündete Vorräte nähern sich. Ich versuch so zu spielen, wie ich immer spiele. Also einfach nur scheiße. Ist ja ganz klar. Weg mit dir. Was ich immer gesagt hab, weg mit dem Dreck. Ah, ich bin da an der Tür hängen geblieben. Ich hab den Typen gar nicht gesehen. Oh, 5 Volltreffer-Medaille mit der Man-O-War. Ja, haben wir ja schon mal geschafft. Oh, der ist definitiv vom Wasser gelandet. Was? Alter, hätte ich den geholt. Lass uns schön den Double-Kill machen. So ein Double-Headshot-Kill wäre ja geil gewesen. Aber nein. ja tschüss wir sehen uns kollege kommen wir alle von hier wusste ich es doch oh ich werde besser vor allem die spielen alle mit maus und tastatur ich bin der einzige mit controller locker ja ich muss hier ein bisschen ich versuche hier natürlich auch irgendwas zu reißen von wegen streaks und so eine kacke ist ja auch klar ich habe ihn gesehen wespa auf die entfernung hätte ich schon lange veräumt auf die entfernung hätte ich meinen im wahrscheinlich schon gegessen weg mit dem weg wie habe ich den denn erwischt drohne nähert sich ich hätte da hinten schild einer und hier schillen welche drohne nähert sich ich weiß doch dass der da drin ist schon wieder wespa ich muss auch noch ein paar siegel machen wahrscheinlich so zu 40 oder 50 siegel ungefähr schätze ich mal dann haben wir eine waffen bestechung und zehn seltene drohne machen wir eine supply aufbündung also mehr verdammt Sichtpuls Sichtpuls ooooh Zeitvision mann ernsthaft Dafür kriegt ihr jetzt sowas von dem 5x, okay. Gut, Spaß. Äh, Fiss. Ja, mach ich den last, okay. Geht das? Ich werde angeschossen und die Runde... Äh, wir haben die Runde gebrochen. Ja, so sieht's aus. Nicht wundern, ich kann euch halt natürlich kein schönes Gameplay liefern. Das kam unerwartet. Oh, halt doch einfach die Klappe bitte. Natürlich gehe ich negativ. Ist ja kein Problem. Ich bin ja einfach nur schlecht. Naja, ähm... Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich kann euch kein schönes Gameplay liefern. Also doch, vielleicht lustig, aber nicht schön. Ich sterbe wirklich immer an den geilsten Stellen. Ich sag nur, komm, mein... 5 Random Nates, 5 Kills. Also, ne... 5 Random Nates, alle haben mich getroffen. Danke dafür. Das hat mich sowas von... vom Hocker-Gaun. Ach, schall den verbrauchen, man nicht. Komm, ich hab Bock, ich öffne jetzt einer. Das mache ich eigentlich immer, aber... Naja, egal. Heymaker, BRM, ich hab die gleiche Tante für Heymaker-Kompilien. Ich hab nur zweit-schutz gemacht. Was zum Teil? Ich könnte natürlich jetzt... ...sneipen, aber... ...das mache ich nur bestimmten Maps. Warte mal. Ach. Spaß. Äh... Ja, doch, ich hab totalen Gruppen. Ähm... Hm, 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 hm. ...ein mit einem Reflex-Visier. Näääääää. Oh, ich freue mich schon, wenn ich das Teil hier... ...blendengranate. Trophy-System. Wer braucht die Scheiße? Gung-Ho. Gong-Hoo. Ging-Chai-Ching. Ging-Yin-Sink gehabt. Ich kann natürlich jetzt auch mit der hier spielen. Die Monie natürlich auch noch ein bisschen Hörspiel, weil ich hab für die für die hab ich ne Variante sogar. Schnelles Magazin-Variante. Und wir nehmen die Locos mit. Ja, ich bin gerade auf Maus und Tastatur gewechselt. Hier sieht man... Ja, ich bin gerade auf Maus und Tastatur. So, nicht wundern. Auf Maus und Tastatur bin ich wahrscheinlich übel schlecht. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal... ...anfangen zu campen und sterben. Aber wär der was geworden, ne? Ich hätte so gelacht. Oh, was war das denn? Okay. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich weiß nicht, was er von mir will. Aber wenn sie hier auftauchen, werden sie sterben. Weg damit! Weg damit! Ich bräuchte hier drauf dein Thermal-Visier, ne? Oh, alter! Der hat hart weh! Nicht nur der Raketenwerfer. Ich hab da gerade einen gesehen. Und hier im Rückgrat fleißig gekämpft. Oh, alter! Alter! Hier, komm an! Habe ich gerade nicht getan. Habe ich gerade nicht getan. Alter, wie habe ich ein Ding gerade eben geholt? Oh, fuck. Hat er nicht getan, oder? Na, komm mal her. Schade. Er hat mich gerippt. Er hat mich gerippt. Dieser Bastard. warte mal ok ich will mich jetzt nicht wundern wenn hier einbrot unterwegs ist aua warte mal was feindliche ok der wird den sind gegeiert hätte ich den getroffen das war so mies gewesen verbrannt tarnung da ist ich kann nicht gleich die aufsätze wieder drauf machen das ist gut dann lässt sich die auch ein bisschen einfacher spielen für mich ein perfekte habe ich gebraucht. Hab ich das Teil überhaupt ausgeführt? Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, wir sind hier gerade gestorben. Die meisten Leute hier sind wahrscheinlich gerade am Snipen. Warum? Warum habe ich das schon wieder angenommen? Hab ich das? Hab ich den? LOL. Alles klar. Gut, da habe ich mir wahrscheinlich gerade die Finger verbrannt. Danke. Der hat mich gerade eben schon einmal gekillt. Da wurde ich gerade vor... Nein, ich saß nicht. Habe ich gerade versucht, durch den scheiß Baum zu schießen. Ist das gerade mein Ernst gewesen? Na, komm raus. Ups. Ja, ich wollte gerade versuchen, durch die Wand zu schießen, aber ich habe gar keinen Fallmantel geschossen drauf. Ist mir gerade aufgefallen. Achtung. Feindliche Drohnen herrscht. Hä? Feindliche Vorgäste. Die Samtex ist doch gerade da drin explodiert, oder? Ey, das muss man mir mal einer jetzt... Das muss man mir erklären, bitte. Feindlicher Hater entdeckt. Perfekt. Die Läufe aber eigentlich so flüssig, finde ich. Aber ich habe euch ja versprochen, Leute, dass es hier ein gewisses Gameplay geben wird. Ups. Na, komm her. Oh. Ja, wir sollen mal reinkommen. Ich wollte gerade sagen, wie habe ich den denn verfehlt? Was ist denn hier los? Outrider erledigt. Schade. Hat er gerade nicht getan. Drohne nähert sich. Und jetzt werden wir hier erstmal den Rest noch kurz wegschnipen. Nicht mit mir, Fräulein. Das war gerade definitiv der Turn-on des Jahrtausends, Alter. Oh, wo habe ich denn hingehamt? Gut. Wir haben gewonnen. GG. Übrigens. Äh. Nice Aim-Bot. Alles klar. Hat der gerade das zu mir geschrieben. Nice Aim-Bot. Weil ich den ein vernichtet habe mit der RK5. Ähm. Übrigens. Wenn ihr Black Ops oder allgemein Call of Duty spielt. Ne? Ein kleiner Tipp. Wenn ihr besser werden wollt. Okay, das hört sich für Clickbait an. Es ist wahrscheinlich auch... Es ist jetzt eigentlich nur Spaß, ne? Aber... Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja meinen Clan-Tag mit reinneiben. Reinnehmen. Nicht reinneiben. Was hab ich denn da für ein komisches Gedächtnis, Alter. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja meinen Clan-Tag mit reinnehmen. SKLL. Einfach für Skill. Weiter ist es nicht. Es steht einfach nur für Skill. So. Hedge-Shots haben wir ja auch ziemlich viele wieder gemacht. Hab ich gesehen. Oh, jetzt kann ich... Jetzt kann ich die Locos endlich... Endlich kann ich da die ganzen Sachen wieder draufballern. Oh, er, er. Alles draus damit. Ähm. Vollmantelgeschoss. Schnellfeuer. Festverdrahtet muss raus. Das muss raus. Thermal-Visier. Nein. Und das muss raus. Schnelles Magazin. Der muss rein. Ey, ich musste so viel rausnehmen, nur damit ich mir die Locos zusammenbauen kann. Was ist das denn? Äh, ich... Äh, pack den hier raus. Ach genau, Ballistik-Prozesse kann ich ja nicht reinnehmen aktuell. Wir machen Schalldämpfer mit drauf, weil mit Schalldämpfer, finde ich, hört sich das einfach besser an, die Sniper. Frag mich, fragt mich lieber nicht warum. Gut, ähm... 4 Headshots haben wir, wir haben schon jahre und wieder zwei gemacht. Nice. Ey, das war so fair. Da sind auch Leute mit einem Multiplayer-Startup-Pack dabei. Ich habe mir extra nur für die Gameplays, äh, das... Ähm, weil das hat man normalerweise so nicht. Ich nehme jetzt mal die VMP. Ich gebe die Telefon. Heid. 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 Ähm, weil die muss ich eh noch leveln. Die VMP habe ich auf die Playstation 3. Schon auf Gold. Gold. Heid. Hat der mich ernsthaft weggeboxt, Alter? Hey, V. Ja. Woher wusste ich das nur? Dieser dreckige Bastard, Alter. Ohne Näher zieht sich. Oh, Aiming. Och, ne. Was war das denn, Alter? Ich will es auch gar nicht wissen. Wenn ich ehrlich bin. Oh, da unten war einer. Er boxt mich schon wieder mit dieser Scheißhahn. Was ist das denn? Der mich krass voll erschrocken. Mann, was ist das denn hier? Fristgranate. Fristgranate. Das heißt deutsch. Was? Hat er nicht gemacht. Er hat einen Zeitung gegen mich geholt. Hä? Flieg doch da hinten hin. Alles klar. Nicht mit mir hier, Verleger. Boah. Fragt mich nicht, wenn ich mich immer so mitbeuge. Das ist einfach so. Du kleiner Bastard, Alter. Was ein Penner, ne? Bäh. Alles klaro. Läuft. Dieser Typ hat mich mit irgendwas grad abgestochen, ne. Ekelhafter, Junge. Oh, das war ein Headshot. Oh, war einer. Perfekt. Gleich mal zwei Headshots hintereinander gezogen. Oh, die Lippe juckt. Ah, loy. Look at this dude. Das war ein Ripper. Und da kam der Typ dann angelatscht. Ja, geil. Oh, Grafik-Bug. Ähm. Für die Zeiten, wo wir auch teilweise GTA 5 und sowas aufnehmen, ne. Oder wo ich das aufnehme. Es kann immer mal wieder passieren, dass ich bei GTA 5 Grafik-Bugs drin hab. Deswegen nicht wundern, wenn da irgendwas im Bildschub flackern sollte. Das ist bei GTA 5 tatsächlich irgendwie ein Bug. Äh, es kann auch sein, dass der einfach nur von meiner Grafikkarte kommt. Aber ich weiß nicht, weil er das kommt. Zieh dich doch einfach mal bitte. Okay. Oh, der hat mich mit einer ECR geholt, der Eklige. Das war's an dieser Stelle wieder komplett. Oh, alter. Okay. Okay. Nein! Das hat er nicht getan. Das wollte ich gerade machen, man. Okay, ich kann ihn immer noch boxen. Oh, fuck. Oh, fuck. Konnte ich nicht schnell genug schießen, leider. Also, wie gesagt, ich bin mit PC einfach nur absolut scheiße. Oh, der hat mich nicht mit meinen Boxhandschuhen geholt, die Sau. Oh, Treffer. Da, da hat ihm ein Random, äh, Random, nee, geholt. Oh. Lernen Deutsch, war Finkel. Kacke. Ja, und 30 Leute, die auf mich zurennen. Danke dafür. Dieser Moment, wenn man sich um Nahkampfwaffen, äh, mit Nahkampfwaffen wettelt. Der boxt mich, der boxt mich mit goldenen Handschuhen. Der hat die Boxhandschuhe im Wirk... Der hat die wirklich auf Gold, man? Was ist denn das für ein Ding? Drohne näher sich. Snipe der mich. Dieser kleinen... Perfekt. Der hat mich schon wieder ges... Kleiner Bastard mit deiner dreckigen P06, Alter. Sterben da hinten. Und tschüss. Musste einfach sein. Was zum Teufel ist da denn gerade passiert? Der hat die Dinger tatsächlich auf Gold. Die Sau. Drohne näher sich. Spektra, ehrlich. Tot. Bombe, der will du. Perfekt. Aber schnapp ich. Braut. Die Mission ist ein Fehlschlag. Mehr Erfolg beim nächsten Mal. Mission gescheitert. Erbitte sofortige Evakuierung. Bam. 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 Jetzt neu tol 2.0. Willst du mal probieren? Alles klar. Er hat die Locas auf Diamant. ich bin unter den top 3 was nie passiert alter okay ich habe aber auch zehn assists verteilt wie kann man so viele assists verteilen wie geht das kann man mir das mal bitte erklären ich war noch nicht mal aus dem ladebildschirm raus und das wurde schon für french night gestimmt ja danke dafür an der stelle wir haben einen neuen aufsatz schafft perfekt wir haben eine neue wildcard angefahren zu einer primärrevolver 3 das ist das was ich natürlich brauchen werde sechs headshots haben wir schon perfekt 28 von 75 siegen habe ich also das was ich natürlich hoffe ist entweder die msmc oder die pbs hat das ist ein von den beiden waffen ziel bei diesem teil sehr stark auf der map packe ich die lokos aus ich hoffe natürlich ich krieg vielleicht noch zwei doppelabschlüsse und dann muss ich halt gucken ob ich er wie ich die um blutrünstig mache der kopf noch mit dabei hat ich muss den kenne mit rein machen ich habe den kenne mit reingemacht wenn notvoll hebe ich einfach nur waffe auf um mich kurz damit zu verteidigen auf kurz Distanz und ich bin auf der richtigen seite weil ich werde jetzt natürlich ein bisschen kämpfen wegen den sachen weil blutrünstig zu machen ist halt sehr schwer auch doppelabschüsse können manchmal ziemlich schwer sein und ich habe hier so einen kleinen spot wenn wir mal gucken was wir machen können der hat mich nicht der ist mit raketenwerfer reingekommen und hat mich mit ein Aua btf denke okay er kann ich ja nicht einmal grad sehen er kommt von hinten mit einem schwert ich könnte schwören die kommt gleich von hier irgendwo verbündete vorwählen sich aber warte mal hier liegt ja immer sechs ja nie ist klar hat er nicht getan hätte ich jetzt ein collideral gemacht hätte ich gar nicht rein gucken verzieh dich dahin der hat mich für 60 verpasst der panne was zum fick verzieh dich ja schießt auf dein team an der stelle und ich werde schon wieder von hinten mit dem schwert Achtung! Feindliche Blitzschlag Zielerfassung aktiv! Achtung! Achtung! ohhhhhhhh hätt ich den grad getroffen Ach nee, das hat er nicht wirklich gemacht. Ich laufe voll in die Granate rein, ich hätte was überlebt, nein. Natürlich meine ich in die Granate rein zu laufen, danke dafür an der Stelle. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Headstorm unterwegs. Ich hoffe, ich den gerade nicht getroffen habe. Alles klar. Klatsch ihn einfach um den Typen, ist klar bei dir. Ah, ja krass. Ey, ich wäre so drauf gewesen, ne. Ich wäre so auf den Typen drauf gewesen, aber nein. Natürlich muss ich verfehlen. Das war der Ripper. Nein, das wäre der Doppelabschuss gewesen und ich choke ihn natürlich so hart. Mann. Man. Rack. Rack. Ah, hier kommt was rein. Doppelabschuss. Perfekt. Schwebeladung bereit zum Einsatz. Rack. 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 Wo ist denn der? Ah, und ich bin dort. Oh, ich sehe. Schwebeladung. Rack. 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 Ah, da habe ich doch gerade was gesehen. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Konterdrohne ist nach oben. Ich wurde gerippt. Alles klar, läuft. Achtung, feindliche Blitzschlag, Zielerfassung. Wow, ha, ha. Dumm, die Dumm und da haben wir gewonnen. GG. Und wie stehe ich? 10 zu 16. Ich habe weniger Tode. Die 54i vernichten jeden Gegner. Tja. 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 kleiner Uhrensohn, ne? Ich hab nie was anderes gesagt. Das hat nur was mit einer Uhr zu tun. So, mir fehlt noch ein Double Kill. Ich hab nicht ein einziges Mal Blutrunzi erreicht. Was zum Teufel. Ich bin einfach so schlecht. Aus dem Kribut schritt eins. Guck auf den Bild. Das machen wir jetzt nicht. Ah, hier, das ist Druck, Schwebeladung, da, 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 Schwebeladung, ohne Vorräte. Mehr kann ich eh nicht erreichen. So. Wir können ja nicht nur mit einer Sollte snipen. Braucht jemand Überwachung? Jo. Ach du Scheiße. Team Deathmatch. Geladen und entsichert. Ich folge. Einsatz wurde autorisiert. So. Den wollte ich mir gerade gönnen. Okay, fuck, Alter. Hab ich den gefailt. Boah, Junge. Hätte ich jetzt ein Collateral gewollt, ne? Boah. Was? Kann doch nicht wahr sein. Und meine Schubtüse, Mann, wäre geil. Halt, Maul, also. Gut, damit hätten wir das auch mal geklärt. Danke. Ey, Junge, ich brauche noch einen Doppelhückel, Leute. Hey, was? Wie kann das eigentlich sein? Ich komme nicht auf mein Leben klar. Geh weg. Hab ich nicht getan. Verbündeter Geist im Operationsgebiet. Boah. Hat der gerade ein Collateral gemacht. ein Abschuss. Zack, Mainz. Hätte ich den jetzt noch erwischt, aber egal. Zack. Ab geht's. Leco mio, alter. War der gerade schwer zu steuern, letztlich. Wo kam das denn gerade her? Ein Abschuss. Wie kann es sein, dass ich den Typen nicht treffe? Abschuss Ja gut Und da kam ein C4 reingeflogen, geil Der snipet mich auch immer wieder, der ist anscheinend besser als ich im Snipen Oh, da habe ich gerade Da habe ich doch gerade eingesehen Okay, er hat mich mit einer Pin 06 Gut Danke dafür an der Stelle Achtung, feindliches Raps-Landeschiff im Operationsspiel Hat der... Keiner hat mich gerade wirklich geboxt Äh, wir haben Raps? Ne Gegner haben Raps Nicht gerade gut Ich hätte ihn sowas von gesnipet Oh nein Ach Junge Das ist doch nicht wahr Warum kriege ich den denn? Einlösen Weg mit dem Dreck Och, und schon wieder von ganz, ganz, ganz Wir werden hier abservieren Ah, okay Hätte ich jetzt wieder so einen grünen Lennung erreicht Explodier bitte nicht bei mir Regenerieren hier Weg Beute erledigt Feindliche Drohne nähert sich Beute erledigt Immer diese Camper hier Ich wurde von hinten gerade gesnipet Wahrscheinlich unbeabsichtigt Und wir haben verloren Schade Äh, 19,25 Oh, halt doch die Klappe bitte 19,25 Ich hoffe, ich habe einen Double Kill geschafft Aber sollte ich doch eigentlich, oder? So, die Runde auf Nuketurn machen wir noch mit Ich gucke mal nach, ob ich den Double Kill geschafft habe Nein, schade Haben wir wenigstens einmal blutrundestig Nee, schade Gut, die Runde Nuketurn machen wir noch Ähm, ich werde da mit Der Kleinen hier spielen Äh, da sollte ich Eigentlich Die letzten zwei Headshots noch schaffen Ähm, ja Schalldämpfer Ähm, das kommt danach Großkaliber Das sollte ich brauchen Großkaliber ist auch von Manowar sehr wichtig Weil die verteilt echt Gute Headshots die Waffe Man kann echt gut damit auf den Kopf aimen Und mit, äh, Großkaliber ist das echt geil Gut, dann würde ich sagen Das wird jetzt die letzte Runde für heute sein Ihr wisst ja, ich karte meine Videos nicht Das liegt einfach Daran, dass es einfach nur langweilig hinterher wird Sonst Es gibt Stellen, die sind richtig beknackt Es gibt Stellen, die sind richtig geil Also Äh, und vor allem Ich kann keine Videos schneiden Ich bin dafür einfach zu blöd Ein Kumpel und ich Wir werden euch wahrscheinlich noch so ein Best-of zusammenschreiben Guckt am besten in die Videobeschreibung Ich verlinke da mal seinen Twitch-Namen Unten in der Videobeschreibung Ähm, und ja Sagt Kill Nummer 1 Und da wurde ich gesript Du kleiner Schrotflinten-Bastard Eigentlich darf ich hier keinen zuhaben Beleidigung raushauen, aber Ja, manchmal rutscht es halt raus Ich bin beim Feind Eigentlich will ich voll auf den Kopf ziehen, aber Das ist ja schon gefühlt unmöglich Hä, was? Okay, ich hab voll veraimt Das hat man ja gesehen, aber trotzdem Toll, der Penner hat mich blockiert Er hat natürlich Er hat's natürlich überlebt Ist klar Meine Munition war leer, was? Boah, Alter Wir werden grad komplett vernichtet Gefühlt Aber ist halt auch Nuketon Was will man da erwarten? Gefühlt werden wir grad komplett gespawntrapped Ach, lauft doch Hat der mich grad wirklich von hinten geboxt, dieser Bastard? Alles klar Triff einfach gar nicht Ich treff mit dem Typ Ich treff einfach gar nicht Was zum Teufel Das gibt's doch nicht Oh, irgendwas juckt grad an meiner Seite Erbärmlich enorm Ey, was? Ich brauch doch nur zwei Headshots, man Das kann doch nicht so schwer sein War das einer? Nein, schade War das einer? Nein, schade Doppelabschuss Boah Ich bin dafür an der Stelle Das war nass Boah Danke für den Killklau Da war er Da war er Der letzte Headshot, den wir brauchten Gut, da ist er doch BUFF Nein Das waren Freunde, die hier standen Keine Freunde Schade Hätte ich dir jetzt sowas von Turn-On gegeben Ich hätte dir das ausgelacht Ja, haste nicht getan Mann, du kleiner Buster Nein Und das war ein Triple-Kill von dem Typ Danke, das Ja, moin Ach, come on Ah, 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 ah Hallo? Ey, wie kann man so reinschauen? Einschauen, wie geht das? Hitmarker, hitmarker Warum? Warum? GG, naja, kaum GG Die 54i vernichten jeden Gegner Ich ruge den Cut So, dann werden wir mal hier raus gehen, Lobby verlassen, perfekt. Du bist bei Karpke, du hast den Auftrag erfüllt. Danke. Ja, kein Problem. Wir werden die Lieferung hier noch kurz öffnen. Ich will eben so sehen, was es ist, wie du. Der Preis legt kaum die Kosten für die Munition, die ich bei der Verschaffung verbraucht habe. Oh mein Gott. So, genau. Perfekt. Dann, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und denkt dran, Leute, alles, was ihr macht, macht es mit Skill. Wenn ihr kein Video mehr in der Zukunft verpassen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Drückt die Glocke an, so werdet ihr kein Video mehr verpassen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt mir, dass ihr auf sowas Bock habt. Bei, ich würde sagen, einem Like, hauen wir den nächsten Part raus. Bis dann, Leute. Ciao.